Ein sumpfiger, artenreicher Regenwald und das inmitten der Antarktis. Die Analyse eines Bohrkerns offenbart jetzt die spektakuläre Vergangenheit dieser Region, die heutzutage zur kältesten und lebensfeindlichsten der Erde zählt. Und das bedeutet, dass es damals einen ziemlich krassen Treibhauseffekt gab. Der Meeresspiegel war so hoch, dass heute weite Teile Europas und Südamerikas untergehen würden. Clixoom Nature, hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Das muss man sich mal vorstellen, nur etwa 900 Kilometer vom Südpol entfernt gab es zu der Zeit der Dinosaurier einen Regenwald, der viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten beherbergte. Ein lebendiges Ökosystem, also in der Antarktis, die heute als der kälteste und lebensfeindlichste Kontinent dieser Erde gilt. Ein Forschungsteam, zu dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts im Bremerhaven gehören, gelang diese Sensationsentdeckung mit Hilfe eines Bohrkerns. Diesen hatte das Forschungsschiff Polarstern im Jahr 2017 vom Grund der Amundsen-See in der Westantarktis entnommen. Der Sedimentkern, der vor der Eiskante des Pine Island-Gletschers erbohrt wurde, reicht bis in eine Tiefe von 30,7 Metern. Am unteren Ende erreichte er damit auch Gesteinsschichten, die sich während der mittleren Kreidezeit abgelagert haben. Schnell offenbarten sich kuriose Auffälligkeiten. Dazu der Geologe Johann Klages. Uns fiel sofort die ungewöhnliche Farbe der Schicht auf, die aus einer Tiefe von 27 bis 30 Metern unter dem Meeresgrund stammte. Die genaue Analyse zeigte schnell, dass diese Schicht an Land und nicht im Meer entstanden ist. Eine große Überraschung sogar für die Fachleute selbst. Die Untersuchung mit einem Computertomografen dann aber offenbarte eine weitere spektakuläre Erkenntnis. Denn so entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein dichtes Wurzelnetzwerk, das äußerst gut erhalten ist. Sogar einzelne Zellstrukturen konnte das Forschungsteam ausmachen. In dem Boden, der damals wohl sehr lehmig und schlammig gewesen sein muss, konnten sogar einige Sporen und Pollen entdeckt werden. Unter anderem auch von Gefäßpflanzen wie etwa den Farnen. Das Forschungsteam ist sich sicher, dass diese Ergebnisse auf einen Regenwald inmitten dieser hohen antarktischen Breiten hinweisen. Dazu der US-Wissenschaftler Ulrich Salzmann. Die vielen pflanzlichen Überreste deuten darauf hin, dass der Küstenbereich der Westantarktis vor 93 bis 83 Millionen Jahren eine Sumpf- und Moorlandschaft bildete, in der ein gemäßigter Regenwald mit vielen Nadelhölzern und Baumfahnen wuchs. So wie man ihn heutzutage zum Beispiel noch auf der Südinsel Neuseelands findet. Ein verrücktes Ergebnis. Denn schließlich weiß man, dass auch in der Kreidezeit in diesen Breiten vier Monate lang Finsternis herrschte. Wie konnten es die Pflanzen vor Ort schaffen, ohne Sonnenlicht zu überleben? Wie waren die Durchschnittstemperaturen und wie viel Regen ist zu der fraglichen Epoche in dieser Region gefallen? Diese Fragen zu den klimatischen Bedingungen klärte das Forschungsteam mit Hilfe von Computersimulationen. Auch die Sedimentproben wurden genauer analysiert, um die Bodentemperatur und die Niederschlagsmenge von damals zu rekonstruieren. So kam das Forschungsteam zu einem detaillierten Bild der damals herrschenden Umweltbedingungen, die tatsächlich einen Regenwald mitten in der Antarktis zuließen. Demnach hat es in der mittleren Kreidezeit, die vor etwa 115 Millionen Jahren begann und vor 80 Millionen Jahren endete, viel geregnet. Die Durchschnittstemperaturen lagen bei etwa 12 Grad Celsius, was etwa 2 Grad mehr sind als die Durchschnittstemperatur heutzutage in Deutschland. Im Sommer gab es sogar 19 Grad und auch die Wassertemperaturen der Seen und Flüsse lagen bei angenehmen 20 Grad Celsius. Bereits vor dieser Veröffentlichung war die Fachwelt davon ausgegangen, dass die mittlere Kreidezeit eher warm war. Damals war der Meeresspiegel nicht nur 170 Meter höher als derzeit, die tropischen Meere wiesen wohl außerdem auch noch Oberflächentemperaturen von bis zu 35 Grad Celsius auf. Dennoch zeigten sich auch die Fachleute äußerst überrascht darüber, dass die Temperaturen selbst in der direkten Polnähe so hoch gewesen sind. Dazu schreibt das Forschungsteam in seiner Studie. Damit liefern unsere Daten die unseres Wissens nach südlichsten Belege für die kreidezeitlichen Umweltbedingungen. Sie enthüllen ein Treibhausklima, das milde Klimabedingungen deutlich weiter südlich ermöglichte als zuvor dokumentiert. Auch die Konzentration des Treibhausgases CO2 war damals wohl deutlich höher als man bislang dachte. Um die damaligen Temperaturen zu erreichen, muss die globale Kohlendioxidkonzentration in der Kreidezeit nicht etwa bei 1000 ppm gelegen haben, sondern bei Werten bis zu 1680 ppm. Nach Ansicht des Forschungsteams kann nämlich nur unter solchen Bedingungen der Treibhauseffekt so stark gewesen sein, um das Klima auch während einer vier Monate lang Polarnacht mild zu halten. Amazonas-Regenwald, eine tickende Zeitbombe für das Klima. Anklicken, anschauen und abonnieren oder besser noch Kanalmitglied werden oder uns auf Patreon unterstützen. Hier an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle Supporter dort. Also bis dann, bleibt dran!